So das packe ich jetzt erstmal hoch, das brauchen wir nämlich gerade nicht in der Hand, wie gesagt wir brauchen noch einen Stamm, dann bräuchten wir sehr viele Zäune, wovon haben wir denn viele Zäune, ich glaube wir haben von gar nichts viele Zäune, na ne, dann bleiben wir aber dem schwarzeichen, schwarzeichenholz, ne, des schwarzeichenholz, ich würde sagen wir bleiben nur schwarzeichenholz, hier einfach mal treu, machen uns daraus gleich ein paar Zäunchen für ein paar Gärten, dann brauchen wir sehr 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 viel Cobblestone, da könnte das hier vorläufig erstmal reichen und wir brauchen sehr viele Glasscheiben, dafür werde ich mal ja so ein Stack verbraten, das dürfte dann eigentlich ausreichen, dafür brauche ich aber auch Kohle, wir haben keine Kohle oben und ich gehe jetzt nicht extra in den Keller um ein Stack Sand zu schmelzen, das machen wir mal schön bei uns oben in der Bude, wir müssen ja nicht mehr laufen als unbedingt nötig, ich bin ja allgemein auch sehr lauffaul, und dann füllt sich hier Stück für Stück die Insel, die Frage ist, was machen wir, weil wir ja keinen Platz mehr haben, sollten wir irgendwann doch noch auswandern in, ja, Festland, Dschungel, so wie es ja ursprünglich mal der Plan war, so, hier mache ich die Tür, dann können wir nämlich hier noch ein schönes Fenster reinziehen, und ja, hier können wir natürlich auch ein schönes Fenster mit Sicht aufs Kürbisfeld machen, was hier eines Tages aber auch noch weg soll, auch das soll in den Keller ziehen, hier hinten würde ich mal komplett zumachen, und hier machen wir auch wieder bloß ein kleines Fenster, aber diesmal eher so vorne, weil ich ja hier hinten dann wieder irgendwie einen Dorfbewohner einsperren möchte, arbeiten lassen möchte, ich sperre hier natürlich niemanden ein, hier machen wir die Tür auf der anderen Seite, um ein bisschen Abwechslung zu bekommen, da haben wir sie nämlich mittig, die Häuser sollen ja nicht alle gleich sein, so, hier können wir eigentlich auch mal ein etwas größeres Fenster rein machen, mit Blick hier hin, dann würde ich hier in der Ecke den Arbeiter hinstellen, hier hätte ich aber auch gerne zumindest ein kleines Fenster mit mehr Blick, und dann machen wir hier vorne bloß so ein kleines Fenster noch mit hin, sollte, denke ich, ausreichen. Man erkennt natürlich auch immer gleich, was sind Arbeiterhäuser und was nicht, weil wir praktisch alle Arbeiterhäuser hier einfach mit Koppel gemacht haben, spricht ja auch absolut nichts dagegen, das ist ja das einfache Volk. Hier machen wir auch wieder bloß so ein kleines Fenster vorne dran, mit Blick auf den Berg, hier dasselbe. und hinten können wir komplett zumachen, weil da ist sowieso nichts, vielleicht machen wir hier später mal so irgendwie eine Geheimtür, dass man hier nochmal in den Berg rein kommt, mit so einem kleinen Geheimraum. Irgendwie irgendwas in diese Richtung. Ja, das nimmt doch alles schon Gestalt an. So, wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Tür, da wird auch niemand eingesperrt, weil hier denke ich auch gar keiner arbeitet wirklich. Möchte ich eigentlich einfach nur einen Dorfbewohner drin haben, der zwar schon eingesperrt wird, also er kommt dann nur von seinem Bereich, in dem er rumsteht in den Garten, aber eben nicht wirklich nach draußen. Das ist dann hier praktisch einfach so der Blumenladen. Das heißt wir machen hier direkt die Tür hin, dann kann man hier reingehen und so ja hier hallo ich hätte gern einen Strauß Rosen. In etwa. Das ist momentan der Plan. Man kann zwar nicht wirklich was kaufen, aber man kann halt so tun als ob. Und wie gesagt hier kommt dann eben einfach der Garten hin. Wobei wir den Tresen dann natürlich wieder aus Holz machen, weil wir wollen trotzdem reinkommen. Und das lösen wir dann einfach mit einer Falltür. Wie beim Weber auch. So. Und dann machen wir hier mal ein paar Stöckchen. Und ein paar Zäunchen. 15 Stück ist jetzt nicht so die Welt. Hier können wir eigentlich auch noch so ein bisschen nach hinten gehen. Ja so. Ich möchte dann eigentlich hier irgendwie einen Weg. Okay. Dass hier so eine Zweierbreite mit Blumen ist. Und hier auch. Das ist dann, denke ich, relativ großzügig. Das müsste doch reichen, oder? Unser kleiner Blumenladen. Den würde ich jetzt auch ganz gerne als erstes fertig machen. So nochmal neun Zäune. Das müsste dann eigentlich ausreichen. Es sei denn, ich setze die schon wieder ständig falsch. Aber nichts anderes erwartet man ja von mir. Also ist das auch nicht schlimm. Da werden wir dann mal eine Zeit lang sehr viel Knochenmehl brauchen. Ich möchte nämlich natürlich auch möglichst viele verschiedene Blumen hier ausstellen. So. Dann machen wir hier gleich eine Tür rein. Das hier kann ja nochmal weg. Da kommt nämlich Holz hin. Da werden wir auch noch sehr, sehr viel brauchen. Falltüren werden wir auch noch einige brauchen können. Oh, das ist wieder ein Kätzchen. Haben wir wieder genug drauf Bewohner? Ja. Das ist ja schön. Wir kommen hier nämlich rein und raus. Aber halt sonst niemand. Gut. Hier haben wir glaube ich drüben auch eine Fichtentür. Das würde ich hier dann auch machen. Den Boden. Den Boden. Aus welchem Material machen wir den Boden? Wir könnten den natürlich auch wieder aus Kobbel machen. Weil es ja sehr ärmlich ist. Oder eben aus Holz. Wobei ich dann doch eher zum Holz tendiere. Damit das nicht alles so extrem gleich aussieht. Aber um Holz zu sparen, nehmen wir dafür natürlich Stufen. Ganz klar. Dann würde ich hier auch eine Werkbank lassen. Also ich würde glaube ich in jedem Haus eine Werkbank lassen. Einfach, dass wir immer arbeiten können. Egal in welchem Haus wir gerade sind. Und die können wir ja in den Tresen integrieren. Dann stört die auch nicht. So. Dann hätten wir den Boden gleich. Würde ich sagen, mach mal hier so in die Ecke. Und wir brauchen natürlich noch viel mehr Zäune. Weil wir ja oben zu machen müssen, damit die nicht ausbüxeln können. Also. Machen wir uns jetzt einfach mal gleich sehr sehr viele. So. Ein Stack Stöckchen. Wie viel können wir machen? Ja. Ja. Ne. Übertreib nicht. Das dürfte erstmal ausreichen. Dann machen wir hier nämlich zu. Dann kommt da auch niemand raus. Andere Viecher kommen nicht rein. Hier machen wir den Boden auch noch zu. Und dann schauen wir gleich mal nach Fichtentüren, bevor wir wieder schlafen gehen. Und Schilder brauchen wir natürlich auch. Wir müssen ja auch an die Häuser schreiben, wer da drin wohnt. Wie eben zum Beispiel. Ja. Der Blumenladen halt. So. Davon haben wir noch sechs Stück. Das ist sehr sehr schön. Fichten. Ah. Ich glaube, wir nehmen dann auch die Fichtenschilder. Ähm. 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 Ja. Komm. Schwarzpulver haben wir genug. Ähm. Eigentlich dürft ihr da hinten sowieso nix spawnen. Es ist ja hell. Auch hier diesen Sandblock werden wir jetzt entsorgen. Der war lang genug da. Dann müssen wir natürlich auch diese ganzen Häuser hier irgendwie von innen irgendwann noch dekorieren. Soll ja nicht aussehen wie bei armen Leuten. Also. Ja doch. Aber halt nicht so arm. So. Ja. Schreiben sollte man auch können. Das ist jetzt einfach der Blumenladen. Wenn euch jemand einfällt der da drin wohnen könnte. dann schreibt mir einfach mal bei Facebook oder schreibt es hier in die Kommentare. Dann können wir da auch noch den einen oder anderen Namen verteilen. Wäre ja auch ganz nett. Wenn hier nicht nur so die Leute alle so anonym leben würden. So. Dann sind wir eigentlich koppelmäßig gerade erstmal ziemlich durch bis auf hier jeweils in der Tür. Die Tür können wir eigentlich auch gleich setzen. Dann haben wir nämlich wieder Platz im Inventar. Könnten unter anderem gleich nach Blümchen schauen. Die wir im Garten anpflanzen. Am liebsten ja in allen Regenbogenfarben. Das wäre. Das wäre klasse. So. Haben wir das. Danach brauchen wir halt noch einen Haufen Dächer. Ein bisschen Boden. Und halt Deko. Aber ich glaube das kriegen wir hin. So du liebe Fichte. Mit dir bin ich jetzt hier erstmal fertig. Haben bin ich zufälligerweise sogar Schwarzeichenstufen noch. Ja da haben wir sogar noch ein paar. Den Koppel und die Erde. Das können wir jetzt erstmal aufräumen. Dann wie viele Tonziegel haben wir eigentlich. Da können wir uns nämlich auch einfach ein paar Blumenkästen. Also so Blumentöpfe machen. Mache ich jetzt auch einfach mal. Koppel. Haben wir elf Stück. Für den Anfang sollte das reichen. Hier. Koppel. Haben wir erstaunlich wenig gebraucht. Ich dachte nicht, dass das reicht. Dann gehen wir nochmal in den Keller räumen hier. Den Monster Loot erstmal auf. Und holen uns ein paar Blümlein. So das brauchen wir nämlich definitiv alles. Momentan nicht. So. Wir haben Margariten davon. Haben wir aber auch schon mehr als genug. Mohnen haben wir noch nicht. Ich will aber eigentlich wirklich von jedem erstmal bloß eins. Was allerdings heißt. Dass wir. Jetzt. Ja. Ein bisschen. Blumen farmen müssen. Die Frage ist. Wo machen wir das am besten? Am besten eigentlich gleich hier auf der Wiese. Dann müssen wir danach zweimal mit dem Rasenmäher durch. Das hier kommt jetzt mal kurz alles nach oben. Einfach nur damit wir gleich sehen welche Blumen wir schon haben. Hier so eine blaue haben wir zum Beispiel gerade noch nicht gehabt. Das meiste ist halt hier einfach leider rot und weiß. Äh rot und gelb meine ich natürlich. So das wäre nochmal eine andere. Aber da kommt nicht wirklich was spektakuläres bei rum. Ob wir das alles mit komplett verschiedenen Blumen hinkriegen. Wage ich jetzt dann langsam zu bezweifeln. Wir können ja trotzdem grundsätzlich hier unsere Insel mal ein bisschen vergrünen. Aber es ist nicht das was halt ursprünglich gerade dafür geplant war. Und wenn überall Außenblumen sind dann würde ja auch der Blumenladen nichts bringen. Das heißt wir machen das hier alles wieder weg. Das wird auch einige Weizenkörner geben. Da sollte nichts offen sein. Also erstmal das hohe Gras alles und eben die Blumen. Normales Gras darf gerne da bleiben. Aber die Blumen gibt es dann eben nur im Blumenladen halt. Wie sich das gehört. So dann pflücken wir hier mal fleißig. Und stutzen zeitgleich den Rasen. Und hier gibt es wirklich erstaunlich viele von diesen gelben Blumen. Die blauen gefallen mir natürlich besonders gut. Ab und an gibt es auch mal weiße. Aber hauptsächlich wirklich eigentlich gelb. Ist das hier irgendwie die Landesfarbe? Ich weiß es ja nicht. Ich bin ja bloß zugezogen. Damals als auf dieser Insel noch nichts stand. Aber vielleicht ist das ein Zeichen. Dass das hier unsere Nationalblume ist. Da müssten wir ja fast auf unseren Reisen ab und an. Was wir eigentlich auch wirklich mal wieder machen sollten. Darauf achten auch fremde Blumen mit einzuführen. Die wir hier sonst nicht haben. Das wäre auch mal eine Mission. Wobei es klingt lächerlich zu sagen. Ja wir machen jetzt eine Reise. Weil wir Blumen suchen. Ich weiß nicht ob ich mich dann selber noch ernst nehmen könnte. dass der Reise nicht etwas hatern würde. dann mit dem Ende. Das ist hier ganz schön. wird das ein Fest.